G36 Suppresseure Das macht so wenig Schade dann Ah, vielleicht sollten wir hier vielleicht sogar Flashbangs mitnehmen, oder? Auch Flashbangs dabei Gas ist halt auch nicht schlecht Vorher schauen wir mal die Gasmaske Ich finde es halt so geil, dass man hier die Slots einzeln belegen kann und extra Munition und lautes Gezeugen mitnehmen kann Ready? Ready? Ich weiß nicht, ich wollte gerade aber ich kippe die MP5 Entweder die G36 oder die MP5 100 AU AU Ah, ist auch nicht wirklich geil Das ist die Possibilität Schau recht Lauf schon mal auf Einzelfeuersteller Fragen wie die Bots da immer treffen können, wenn die nicht auf Einzel Ist jetzt auch G36, ok Du laufst halt so geiler Buckelig, so richtig mit einem Pi von 1000 So du rechts, ich links Auf Kcein Auf Kcein Okay Ich gehe drauf in den Sack So, dann ist das unheimlich, oder? Mh. Polizei! Alter! Boah, das ist so ein Spacken! Ich ziehe da gerade in so einen Dingsnein, so einen Raum rum und laufe auf einmal meine Leute wieder in der Mitte von der Fresse. Nein, nicht, 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 bleib bei dir. Führst du, Staffeln, Luft, Staffeln. Also manchmal, ich treffe Erkennung echt ein bisschen komisch, ich war direkt auf seinem Kopf gerade wieder. Ich bin nicht gehittert. Hallo? Hustel down! Hustel down! Hustel down in der Gegend rum! Hallo? Oh! Der befieße ich jetzt in den Arsch, in Ehre an der... Alter! Hustel down! Hustel down! Oh, ich bin nicht weg. Bäm! Hustel down! Hustel down! Das ist an jeder Milchstein einer. Neu, niedere Hecke. Niedere Hecke steht einer. Die Heckenschützer. Bist du schon da oben? Wo du da die lange, lange Weg runter geholt kannst? Da war ich schon. Ja, ich hätte gerne eine Absicherung von oben. Weil das nicht herauskommen ist halt extrem kacka. Moment. Äh, Geisel ist wieder bei mir hier unter eine. Also ich bin jetzt vor der Kirche. Sollen wir die Geisel rausholen, oder? Die eine kann ich runter. Ja, das ist schaltweilig. Ich hab hier so eine scheiß Position. Okay. Ja, wo habt ihr einen Dango? Keine Ahnung, wo die ein Dango sind. Ja, fucking stopp. Oh, ihr blöden Bots, ey. Der Typ steht direkt neben mir und die macht nichts. Hey, da guckt eine Waffe durch die Tür. Alter, fuck. Ich bin da nicht zufällig wach gewesen, oder? Doch. Leute, wo... Ha, cool. Ich kann doch die Tür durchfließen. Normalerweise aber nicht, oder? Leute, da steht ein Feind neben euch! Alter, wir sind... Wir sind in einem scheiß Gebäude drin. Sind gerade vier oder fünf Gegner aus dem einen Häuschen da am Ende gekommen, wo du die Geisel abliefern kannst. What the fuck, Alter? Ich glaub, das Häuschen müsste jetzt ziemlich sauber sein. So, der oberwarste schon. Der ober. Move out. Let's go! Move out! Los Building ist leer. Alter! Schreck mich halt. Guck mal da rein. Lohn's mal da rein, macht das Fenster auf und lohn's dann um. Da steht normalerweise eine. Was ist da noch? Was ist da noch? Hostile down. Hostile neutralized. Fuck, ich wollte den jetzt flankieren. Ist doch. Ja, hab ich ja, aber... Sekunde zu spät. Move out. Move out. So. Seh ich nichts. Hast du das letzte Mal geschafft, aber hast du ja irgendwie geschafft, dass dir die Geiseln erschießen, gell? Ähm... Ähm... Ne, Martin, war hinter mir. Du kannst den auch, äh, auf der Tür zeigen und dann Raum clear. Clear. Ähm... Wie auch immer. Yes. Breach and clear. Ihr seid so hell, der Mann! Vielleicht guckt mal einer nach hinten. Jetzt guckst du halt in die gleiche Richtung. Normalerweise machen sie das doch. Meistens machen sie das, ja. Ich glaub, die haben halt einen Wallhack-Einbau und wissen, wo die Feinde sind. So, wo bist du jetzt? Oba. Ich möchte gern die Ebenen wechseln, aber das kann man ja ja nicht. Ähm... Soll ich die Geisel unten holen, oder? Okay, lass ich mein Team jetzt mit nach oben. Soll ich mal gleichzeitig stürme? Mal. Ich hole mein Team. Kannst dein Team... Ich kann mein Team... Moment. ...und... ...gleichzeitig, wenn du hier oben bist, kann ich das... ...kann ich das... ...kann ich das hier unter stürmen lassen, durch die Haupttür hier unten. Wenn du weißt, was ich mein. Mhm. Weil dann zack ich das denen. Dann stürme die gleichzeitig rein, du oben und die unten. Ich hole die untere Geisel, das ist normalerweise bloß ein Typ. Ich guck mal kurz, wieviel das sind. Ja, bloß ein Gegner. Ich hab hier einer auf meiner Ebene, drei und von mir. Ich seh die Geisel und nochmal einen... ...von dir. ...deiner Ebene. Sagst du dann, wenn du ready bist? Ich setz'n Flashbang drüber und dann... ...wicke ich mein Team rein. Okay. Go, go, go. Open and clear. Bitches. Okay, hier unten waren doch zwei Feinde. Da war noch einer weiter hin, ne? Meine Fresse zum Glück. Alter, wie die wieder abgegangen sind. Wie die wieder krank sind, die Wichser, gell? Machst du die Tür auf und auf einmal flitzen die durch die Gegend. Du stehst hier raus.